Ich, ein ukrainischer Bürger, Rotko Nikolai Nikolaevich, wurde im September 1942 im Alter von 16 Jahren nach Deutschland, Westfalen statt Telchte, zur Zwangsarbeit verschleppt. Bei Kriegsbeginn arbeitete ich als Postbote. Ich brachte Zeitungen und Briefe und Todesfallnachrichten, so viele Tränen. Auf den Feldern reifte eine unerhörte Ernte. Ich war 15, ich wollte selbst wirtschaften. Ich fing zwei verlassene Pferde und fand eine Karre. Im Dorf wurde ein Starost ernannt und Polizei aufgestellt. Die kümmerten sich um die Ordnung und kämpften gegen die Partisanen. Wenn ein Partisan oder ein Kommunist gefangen wurde, erschoss man ihn. Es gab kein Gesetz, nur die Brutalität der Polizei. Im Sommer 1942 arbeiteten wir im Feld, ein Pflüger und der Treiber. Aber wir machten es so, dass einer arbeitete und der andere sich erholte. Das sah der Hofleiter. Wir wurden zur Polizei gebracht. Wegen dieses Verbrechens wurde ich nach Deutschland verschleppt, obschon ich minderjährig war. Aus unserem Dorf wurden im September 1942 fast 400 Menschen nach Deutschland verschleppt. Im Herbst 1939 überfiel die Wehrmacht Polen und löste damit den Zweiten Weltkrieg aus. Seitdem wurde versucht, den im Reich durch die Mobilisierung entstandenen Mangel an Arbeitskräften durch die Zwangsverpflichtung von Kriegsgefangenen und Zivilarbeitern aus den besetzten Gebieten zu beheben. Schon bald arbeiteten in Westfalen Polen, Franzosen, Belgier und Niederländer. Hinzu kamen 1941 Serben und Griechen und dann, ab 1942, auch Frauen und Männer aus der Sowjetunion. Eingesetzt wurden sie nicht nur in der Schwerindustrie, vor allem im Ruhrgebiet, sondern auch in der Landwirtschaft. Allein in Münster arbeiteten schließlich weit mehr als 12.000 ausländische Frauen, Männer und Kinder. Sie wurden zum Reichseinsatz verpflichtet oder ganz einfach verschleppt. Am Ende waren sie alle Zwangsarbeiter. Die Mehrzahl der Kriegsgefangene und der zivilen Zwangsarbeiter lebten in einer von mehr als 150 Unterkünften allein im damaligen Stadt- und Landkreis Münster. In Barackenlagern oder Kasernen, in Wirtshaussälen oder Schulen. Historische Filmaufnahmen über die Zwangsarbeit im Münsterland sind kaum bekannt. Das ist ein Paradox. Denn gerade die Abwesenheit von Zwangsarbeitern in Filmaufnahmen aus dem Krieg belegt deren Ausblendung aus einer als filmwürdig und damit zugleich als aufbewahrenswert anerkannten Wirklichkeit. Dieser Film verweist auf das damals ignorierte, gleichzeitige Geschehen. Er kombiniert Brieferinnerungen ehemaliger Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen mit Ausschnitten aus historischen Filmen und Amateurfilmen. Nikolai Bondarenko wurde im Mai 1942, noch nicht 17-jährig, aus der Ukraine nach Schlesien gebracht. Dort arbeitete er unter erbärmlichen Umständen in einer Rüstungsfabrik. Im November 1942 wog ich um die 40 Kilo. Solche durfte man nicht behalten. Ich wurde vom Lager abgeholt und zum Bahnhof gebracht. Ich landete in Albersloh auf Bestellung aus Münster. Etwa 50 Menschen wurden ins Büro einer Kneipe geführt. Dort holten uns diejenigen ab, die uns bestellt hatten. Wir hatten schlechte Kleidung und schlechte Schuhe. Wir trugen Holzschuhe und warme Lumpen. Wir wurden ausgelacht. Deswegen spricht heute keiner davon. Ich wurde zuletzt genommen, zu Hohmann-Wessel. Bernhard holte mich ab. Ein witziger, guter Mensch. Er scherzte die ganze Zeit und brachte mir alles bei. Die Arbeit und alles. Später kam der Franzose Abriel. Er und ich aßen an einem kleinen Tisch und die ganze Familie aß an einem großen Tisch. In derselben Diele. Sie beteten. Ich kannte das nicht, weil in der Sowjetunion die Religion verboten war. Das war in Hiltrup. Es hieß Röhrenwerk. Ich und ein paar Mädchen arbeiteten mit Maschinen. Wir schnitten Gewinde auf Gas- und auf Wasserrohre. Einige Frauen fertigten Anschlüsse. Andere arbeiteten beim Autogenschweißen. Sie beseitigten Fehler. Sechs oder acht verluden die Rohre auf Güterwaggons. Wir arbeiteten zwölf Stunden in zwei Schichten. Die Vorarbeiter behandelten uns mehr oder weniger akzeptabel. Auch die wenigen deutschen Arbeiter behandelten uns nicht schlecht. Bei Bombenangriffen wurden wir im Waschraum der Deutschen eingesperrt. Im Keller. Für die Deutschen gab es einen eigenen, gut ausgestatteten Bunker im selben Gebäude. Lagerleben. Aber hierfür das Foto gestellt. Jederzeit konnte ein Zufall, eine Denunziation etwa, darüber entscheiden, ob das Lager Sicherheit bedeutete oder Ausgangspunkt wurde für Inhaftierung, Straflager, für KZ oder gar für den Tod. Das ist ein Gruppenfoto unseres Lagers. Acht fehlen. Die fünfte von rechts ist Shenya Schermann. Während der drei Jahre, die wir in Deutschland waren, wurde sie regelmäßig von der Polizei und von der Betriebsverwaltung gequält. Und auch wir wurden verhört, wegen ihrer Abstammung. Zwangsarbeit im Deutschen Reich, so auch in Münster, unterlag zwei rivalisierenden Zielvorstellungen. Ökonomisch ging es um die Aufrechterhaltung der kriegswichtigen Produktion. Gleichzeitig sollte auch im alltäglichen Nebeneinander der als verschieden wertvoll definierten Bevölkerungsgruppen die Ideologie des NS-Rassensystems aufrechterhalten bleiben. Daraus ergab sich eine doppelgesichtige Normalität, deren Regeln der Zwang zur Arbeit und die Lagerordnung kennzeichneten. Seit Herbst 1943 prägte zudem der Bombenkrieg die Situation in Münster und im Münsterland. Nikolai Bonderenko wurde damals durch einen französischen Kriegsgefangenen abgelöst. In Albersloh arbeiteten wir hauptsächlich in der Landwirtschaft. Den Rest müssen sie aber verstehen. Wer sollte die Toilette putzen, wenn solche Leute vorhanden waren? Wer sollte Trümmer nach Bombenangriffen räumen und Schleppkähne mit Kohle ausladen? Das musste ich alles tun. Man ging gut mit mir um, weil es keinen Ausweg gab. Ich schlief in einer Kammer mit Anlegeleiter und ich aß allein. Ich hatte ein getrenntes Tischchen und ich war zufrieden. Ein Franzose ersetzte mich. Sie luden ihn ein oder sie bestellten ihn. Das geht mich nichts an. In der Kriegszeit hatten alle Gefangenen und Zwangsarbeiter einen besonderen Status. Im Vergleich zu mir war ein Franzose, ein Italiener und sogar ein Pole wie Himmel und Erde. Wir gehörten zur allerletzten Sorte. Seither pendelte Nikolai Bonderenko mit der westfälischen Landeseisenbahn nach Münster. Alles ist still und ruhig. Ein Wohngebiet brennt. So war das die ganze Zeit. Brandbomben. Ich arbeitete auch an der Eisenbahn. Alles unter Bewachung. Man konnte keinen Schritt zur Seite tun. Ich wusste nicht, wie die Straßen hießen oder wo sie lagen. Ich konnte auch niemanden fragen. Aber das ist kein feststehender Roman. Deswegen musste ich abhauen. Bonderenko floh im Juli 1944. Kaum fuhr ich in Richtung Münster ab, da wurde ich schon erwartet. Polizei stellte mich mit dem Gesicht zur Bahnhofsmauer, bis der Zug wegfuhr. Zum ersten Mal in meinem Leben. Ich hatte Angst und ich schämte mich, dass ich kein freier Mensch mehr war. Am nächsten Tag wurde ich in einen Waggon gesetzt und fuhr nach Bösensell. Nikolai Bonderenko kam erneut auf einen Bauernhof. Aber jetzt musste er für die Reichsbahn arbeiten. Der Landwirt war verpflichtet, Arbeitskräfte zu stellen. Tag und Nacht rollten Nachschub und Rohstofftransporte vom Ruhrgebiet in Richtung Norden. Ich musste Kohle aus beschädigten Waggons in Neue umladen. Polen, Ostarbeiter, Serben und Franzosen. Dieses Lager bestand nur aus Baracken. Die Küche war in einer und der Kinosaal auch. Beide befanden sich am Lagereingang. Das Essen brachten wir reihum ins Lager mit einer zweirätrigen Karre. Das war nicht viel. Zwei Kannen zu je 40 Litern. Im Lager hinter dem Kanal wurden samstags Filme gezeigt. Für die Zwangsarbeiter. Kino für Zwangsarbeiter? Die Hintergründe deutet das Protokoll eines Referats an, das Mitte Februar 1943, kurz nach der Schlacht um Stalingrad, in Münster auf einer Arbeitstagung vorgetragen wurde. Geladen hatte die Deutsche Arbeitsfront, Kreiswaltung Münster-Warendorf. Adressaten waren alle Betriebsführer mit Ausländereinsatz. Der Hauptabteilungsleiter für den Arbeitseinsatz, Parteigenosse Schiefer, zog eine für die Sichtweise der Täter doppelt bezeichnende Bilanz. Schiefer beklagte die unhaltbaren Zustände der Arbeitsläger und die Nichtwertmessung der ausländischen Arbeiter, insbesondere der Ostarbeiter. Sein Fazit. Die besichtigten Läger des Kreises Münster-Warendorf waren derartig schlecht, dass man dieses nicht für möglich halten solle. Die Folgen für die Kriegswirtschaft lägen auf der Hand. Durch falsche Behandlung, schlechte Ernährung und so weiter werden diese Arbeiter zu Sabotage geführt. Dies müsse sich ändern. Wir wollen durch ein gutes Verhalten, das selbstverständlich nicht zu einer Kameradschaft führen darf, das größtmögliche aus den Arbeitern herausholen und möglichst wenige Fresser ins Land holen. Verhungerte und verprügelte Russen fördern für uns keine Kohlen, sind aber der Welt gegenüber ein Skandal. Kino für Zwangsarbeiter? Da ein Ende des auf Ausbeutung und Unterdrückung basierenden Systems Zwangsarbeit undenkbar blieb, wurde versucht, seine Realität durch Propaganda zu verschleiern. Im Lager hinter dem Kanal wurden samstags Filme gezeigt, für die Zwangsarbeiter, die im Lager wohnten. Unsere Maria Vassiljevna, die Dolmetscherin, erklärte sich bereit, uns samstags in dieses Lager zu begleiten. Sie war eine einsame Frau. Es tat ihr gut, mit uns zu sprechen. Normalerweise wurden Filme gezeigt, die wir heute Seifenoper nennen. Aber diesmal zeigte man einen Kinofilm. Die goldene Spinne. Die Handlung? Eine russische Frau, eine sehr schöne, wird als Spionin nach Deutschland geschickt, damit sie einen Splitter Metall von einem Panzer oder einem Geschoss holt. Die Frau gewinnt mit allen Mitteln das Vertrauen der Entdecker dieses Metalls. Sie dreht sich in ihren Kreisen und summt die ganze Zeit das Lied Goldene Spinne. Sie befreundet sich mit einem Fahrer, der ins Versuchsgelände fahren darf, und schafft es, einen kleinen Splitter dieses Metalls aufzutreiben. Wir fangen an, uns das Ganze ohne jeden Scherz zu Herzen zu nehmen, ächzen, seufzen. Wir sitzen auf verschiedenen Bänken durcheinander zwischen den Bewohnern des Lagers. Maria Vasiljevna läuft zwischen den Bänken und beruhigt uns. Das Geschehen auf der Leinwand entwickelt sich schnell. Wir verfolgen im Stehen das Abenteuer unserer Heldin und äußern stürmisch unsere Begeisterung, wenn sie es schafft, die Achtsamkeit der Wächter zu täuschen. Letzten Endes, als sie alle Hindernisse hinter sich gelassen hat, findet sie eine Stelle als Krankenschwester und fährt mit dem Lazarettzug nach Osten. In einer kleinen Medizinschachtel hat sie einen winzigen, sorgfältig in die Watte gewickelten Splitter. Aber dank der Bemühungen einer patriotisch gesinnten jungen Krankenschwester wird diese Spinne entlarvt. Mein Gott, was mit uns los war! Wie heftig hat uns das mitgenommen! Umsonst war das ganze Zureden unserer Patronin, das sei nur ein schönes Spiel der deutschen Schauspielerin. Wir verfluchten die deutsche Verräterin und hatten Mitgefühl mit der Spinne. Nach diesem Zwischenfall hörten unsere Kinoausflüge auf. So eine Zeit war das damals. Wir hätten dafür dran glauben können. Und unsere Maria Vasiljevna noch mehr. Leonid Belusenko und Nikolai Rotko erlebten am eigenen Leibe, was es bedeutete, in die Mühlen von Ordnungspolizei und Gestapo zu geraten. Leonid Belusenko arbeitete seit Anfang 1943, nach mehrfachen Fluchten, auf einem Hof bei Ebenbüren. Ihn traf es im Frühjahr 1943. In Ostenwalde tauchten geflohene russische Kriegsgefangene auf. Manchmal übernachteten sie bei meinem Besitzer, in der Scheune. Ich klaute Lebensmittel und gab ihnen zu essen. Eines Tages hieß es aus der Zeche, ich solle den Flüchtlingen im Nachbardorf sagen, dass sie verhaftet werden. Es war Sonntag, die Besitzer waren in der Kirche. Als ich zurückkam, wusste mein Besitzer schon, dass ich mich in eine Sache eingemischt hatte, die mich nichts anging. Er war absolut wütend. Er griff nach einer Heugabel und wollte mich schlagen. Ich entriss sie ihm. Er fiel zu Boden. Die Frauen schrien. Ich gab die Gabel der jüngeren Tochter und rannte auf den Acker hinter dem Haus. Dann kam ein Polizist. Er sperrte mich im Amt ein. Man brachte mich nach Münster. Ein Polizist saß neben mir. Ich war mit einer Handschelle an ihn gekettet. Ich wurde zur Polizei oder zur Gestapo gebracht und verhört. Dort blieb ich einen Tag und eine Nacht. Man brachte mich zum Gefängnis, in eine Zelle. Ich war allein. Wieder wurde ich von einem Untersuchungsrichter in Zivil verhört. Manche Fragen konnte ich weder verstehen noch beantworten. Er wurde böse und schlug mir einen Hocker auf den Kopf. Ich wurde ohnmächtig. Lange konnte ich mich nicht erinnern, wo ich bin und was mit mir ist. Seitdem führte man mich nicht mehr heraus. Ich blieb anderthalb Monate im Gefängnis. Ich saß die ganze Zeit in der Todeszelle und erwartete die Hinrichtung. Man stellte mir keine Anklage zu. Der Untersuchungsrichter sagte, dass ich mich in nicht meine Angelegenheit eingemischt hätte. Es gab keine Verteidiger. Ich hatte keinen Kontakt zu niemandem. In der Gefängniszelle, eng, ganz oben ein kleines Fenster, war ich allein. Das Essen reichte man durchs Türfenster. Ich sah nicht, wer das war. Wie viele Tage? Schwer zu sagen. Eines Tages schaute der Wächter durchs Fenster und sagte, morgen sei ich kaputt. Er zeigte mit den Händen, wie es wird. Ich verstand das als Urteil. Und tatsächlich, am nächsten Tag führte man mich morgens in den Gefängnishof. Man steckte mich in einen geschlossenen Pritschenwagen. Ich war allein. Ich trug keine Handschellen. Ich fragte, wohin man mich bringt, aber der Wächter antwortete nicht. Ich nahm Abschied vom Leben. Ich war des Lebens müde. Wir fuhren lange. Ich höre Explosionen, Bomben. Das Fahrzeug kippt um. Ich komme zu mir. Die Ladeklappe ist halb offen. Ich klettere heraus. Ich lief über die Straße zum Gebüsch. Das war weit weg von Münster. Seit 1942 fungierten die Arbeitserziehungslager, die Konzentrationslager der regionalen Gestapo, auch als Hinrichtungsstätten. Exekutionen von Polizeigefangenen wurden seither als Sonderbehandlungen, das heißt ohne Gerichtsverfahren, angeordnet und vollstreckt. Die Polen- und Ostarbeitererlasse berechtigten die Mitarbeiter der Staatspolizeistellen, bei allen als gravierend betrachteten Delikten oder Straftaten eine Sonderbehandlung zu beantragen. Formuliert wurde der Antrag durch den örtlichen Gestapo-Sachbearbeiter. Das Reichssicherheitshauptamt bestätigte routinegemäß. Das Transportkommando brachte den Deliquenten in ein Arbeitserziehungslager. Dort wurde unmittelbar bei Ankunft die Erhängung vollzogen. Belegt ist, dass die Stapo-Leitstelle Münster seit Sommer 1944 unter anderem im Arbeitserziehungslager Lade bei Minden hinrichten ließ. Leonid Belusenko beschreibt das Verfahren aus der Sicht der Opfer. Er ist vielleicht der einzige Überlebende einer in Münster angeordneten Sonderbehandlung. Belusenko hatte Glück. Er wurde allerdings aufgegriffen und geriet in die Arbeitserziehungslager auf dem Flugplatz Essen-Mühlheim und auf dem Kölner Messegelände. Leonid Belusenko wurde im Frühjahr 1945 durch amerikanische Soldaten befreit. Im Oktober 1944 arbeitete Nikolai Rotko, der mit 16 gehofft hatte, seinen eigenen Hof bewirtschaften zu können, schon seit zwei Jahren in der Munitionsproduktion der Firma Winkhaus in Telgte. Eine Arbeiterin, eine Deutsche, warf einige Teile herum und wollte mich zwingen, sie aufzuräumen. Ich weigerte mich. Dann wollte der Meister, und er war so klein, mich schlagen. Ich stieß ihn weg. Als mich die Polizei holte, wurde ich nicht allzu sehr geschlagen. Aber es ging ein Mitglied der faschistischen Partei durch die Abteilungen. Er trug am Ärmel das Hakenkreuz. Der meldete mich der Gestapo. Während eines Bombenangriffs wurde ich am Werkstor festgenommen. Man brachte mich zur Polizei. Drei Gestapo-Leute verhörten mich. Einer schlug mich, ich fiel und kam nicht mehr hoch. Die Dolmetscherin sagte, erzähl, wie es war. Ich wurde in eine Zelle gesperrt und am nächsten Tag nach Münster gebracht. Man steckte mich in einen Keller voller Leute. Um den Jahreswechsel 1944-45 wurde Nikolai Rotko aus dem Arbeitserziehungslager Mülheim in das KZ Neuengame bei Hamburg verlegt. Von dort meldet er sich zum Aufbau des KZ-Außenlagers Wirbelin. Februar 1945. Engländer und US-Truppen stehen am Rhein. Die Rote Armee hat die Oder erreicht. Das Lager wurde mit Ziegelsteinen erbaut. Wir hatten keinen freien Tag. Man ernährte uns mit Spinat, Möhren, Rüben und etwas Kartoffeln. Morgens bekamen wir etwas Kaffee-ähnliches und 250 Gramm Brot mit Sägemehl. Zuerst musste ich mit einer Lore Sand aus der Grube holen. Vier Sträflinge für eine Lore. Dahinter ein Vorarbeiter mit einem Knüppel. Diesen Wagen musste man im Laufschritt schieben. Mir wurde klar, dass man mich nach zwei oder drei Tagen ins Revier und dann ins Loch schleppen würde. In der Mittagspause ging ich zum Maurer, einem Deutschen, und sagte, dass ich Ziegelsteine legen kann. Er schaute mich an, nahm die Pfeife aus dem Mund und sagte, dass er mich nimmt. Und wirklich. Am nächsten Morgen lief er vor die Kolonne, fand mich und noch einen Holländer und sagte den Wächtern, dass er uns zur Arbeit nimmt. Er zeigte uns, wie man mauert und sagte, Arbeit laxom, langsam arbeiten. Es ist schwer zu schätzen, wie viele Häftlinge im Lager waren und wie viele starben, aber die Lebenden lebten zwischen den Toten. Die Toten wurden in der Kommandantur gestapelt, um später im Wald hinter dem Lager begraben zu werden. Hier gab es kein Krematorium. Bei Luftalarm wurde an den Wachtürmen das Licht abgeschaltet. Das machten sich drei Häftlinge zunutze und brachen aus durch ein Loch im Draht. Als die Wachen das entdeckten, wurde die ganze Baracke, in der die Geflohenen gewohnt hatten, auf den Appellplatz gerufen und vor unseren Augen totgeschlagen. In der April schob man Güterwaggons zum Lager. Wir wurden hineingezwängt und standen den ganzen Tag und die Nacht. Man ließ uns nicht hinaus. Man gab uns kein Wasser. Dann öffnete man und wir wurden wieder ins Lager getrieben. Wir stiegen über Leichen. Die Waggons waren voller Leichen. In manchen waren nur noch Tote. Im Lager sahen wir, dass auf den Wachtürmen keine Posten stehen. Da fuhren zwei Motorräder die Straße entlang. Man rief, das sei eine russische Patrouille. Alle stürzten zum Lagertor. Das Tor wurde aufgedrückt. Diejenigen, die unter das Tor gerieten, kamen um. Die ausgehungerten Menschen strömten zu den Lebensmittellagern. Viele aßen und starben. Ich sah, wie die amerikanischen Soldaten durch das Lager gingen, wie Leichen abtransportiert wurden. Nach einigen Tagen wurden diejenigen, die einigermaßen bei Kräften waren, nach Schwerin gebracht. Von Schwerin ging es zu Fuß nach Osten. In einer Stadt in Polen zog mich ein Militärkommandant ein zur Armee und dort musste ich bis 1950 dienen. In mein Heimatdorf kam ich nach fünf Jahren Militärdienst. Ich war bis zum 62. Lebensjahr berufstätig. In der Fabrik arbeitete ich als Dreher und als Schlosser. Nun habe ich eine kleine Rente. Die reicht nicht mal für Lebensmittel. Am 2. April 1945 wurden wir in Hiltrup durch US-Truppen befreit. Es gab eine heftige Schießerei. Wir gingen aus der Badestube nicht mehr heraus. Da wohnten wir, seit unsere Baracken niedergebrannt waren. Dann klopfte jemand heftig an die Tür. Plötzlich ging sie auf. Da standen mehrere Schwarze mit der Waffe in der Hand. Als sie ein Häufchen erschrockener Frauen in Arbeitskleidung sahen, gingen sie enttäuscht weg. Ein paar Wochen versuchten wir, nirgendwo hinzugehen. Zum Glück entdeckten wir auf der Bahnstation, 30 bis 40 Meter von unserem Bunker, einen Waggon, in dem sich wohl irgendein wichtiger Mensch evakuieren wollte. Da gab es Lebensmittel. Mehl, Zucker, Reis, Grieß, Konserven. Und ein paar Kleidungsstücke. Unsere Jungs nahmen das und verteilten es. Wem was passte. Nach zwei Wochen brachten uns die Amerikaner in ein großes Lager. In Gremendorf lebten wir bis August 1945. Dann brachte man uns mit Lastwagen in die russische Zone, in die Stadt Rostock. Dort wurden wir aussortiert. Die Männer blieben im Lager, die Frauen fuhren in Güterwaggons in die Heimat. Dort war alles mehr oder weniger in Ordnung. Die Mutter und die Schwestern waren am Leben und gesund. Das war das Wichtigste. Die nächste Hungersnot litten wir 1946. Es gab eine Missernte, eine heftige Dürre. Nachdem ich mich eine Woche lang erholt hatte, bestand ich noch eine KGB-Kommission in der Stadt Enakievo und bekam eine Stelle im Bauamt. In meiner Abteilung arbeiteten viele Deutsche, Kriegsgefangene und Internierte aus Rumänien, aus Ungarn, Bulgarien. Nikolai Bondarenko floh kurz vor Kriegsende aus Bösensell. Jetzt war schon zu hören, dass es ernst wird. Die Front näherte sich. Überall brach Panik aus. Eines Morgens verspätete ich mich zum Umladen. Ich hatte verschlafen. Ich war sicher, dass ich bestraft werde. Ich hatte Angst vor den Schlägen der Polizei. Ich beschloss zu fliehen und kam wieder nach Hohmann-Wessel, nach Albersloh. Ich dachte, sie nehmen mich auf. Aber sie hatten Angst, mich illegal zu behalten. Sie schickten mich in ein anderes Dorf, zu Verwandten. Dort arbeitete ich etwa einen Monat. Sie wurden schon zum Verhör befohlen. Ein paar Tage später kamen die amerikanischen Panzer. Die Gefechte waren schrecklich. Viele Tote. Tiere, auch Schweine zerrissen die Leichen. Dann war der Schrecken vorbei. Die Amerikaner schickten uns in Sammellager. Wir wurden nach Nationalitäten sortiert. Ich wurde in die englische Zone und dann in die sowjetische gebracht. Dort wurde ich einem Arbeitsbataillon zugewiesen, in dem ich bis Oktober 1950 blieb. Ich stand 40 Jahre lang unter Beobachtung. Man kann es nicht verstecken, besonders in der Sowjetunion. Das war eine heftige Erniedrigung. Das Gesetz Stalins. Alle Menschen, die unter Zwang nach Deutschland kamen, wurden als Menschen zweiter Sorte behandelt. Sie wurden im Beruf und bei der Ausbildung verachtet. Man musste das, wenn möglich, verschweigen. Aber in der Sowjetunion gab es so eine Möglichkeit nicht. Leonid Belusenko und Nikolai Rotko erlebten am eigenen Leibe, was es bedeutete, in die Mühlen von Ordnungspolizei und Gestapo zu geraten. Leonid Belusenko arbeitete seit Anfang 1943, nach mehrfachen Fluchten, auf einem Hof bei Ebenbüren. Ihn traf es im Frühjahr 1943. In Ostenwalde tauchten geflohene russische Kriegsgefangene auf. Manchmal übernachteten sie bei meinem Besitzer, in der Scheune. Ich klaute Lebensmittel und gab ihnen zu essen. Eines Tages hieß es aus der Zeche, ich solle den Flüchtlingen im Nachbardorf sagen, dass sie verhaftet werden. Es war Sonntag, die Besitzer waren in der Kirche. Als ich zurückkam, wusste mein Besitzer schon, dass ich mich in eine Sache eingemischt hatte, die mich nichts anging. Er war absolut wütend. Er griff nach einer Heugabel und wollte mich schlagen. Ich entriss sie ihm. Er fiel zu Boden. Die Frauen schrien. Ich gab die Gabel der jüngeren Tochter und rannte auf den Acker hinter dem Haus. Dann kam ein Polizist. Er sperrte mich im Amt ein. Man brachte mich nach Münster. Ein Polizist saß neben mir. Ich war mit einer Handschelle an ihn gekettet. Ich wurde zur Polizei oder zur Gestapo gebracht und verhört. Dort blieb ich einen Tag und eine Nacht. Man brachte mich zum Gefängnis, in eine Zelle. Ich war allein. Wieder wurde ich von einem Untersuchungsrichter in Zivil verhört. Manche Fragen konnte ich weder verstehen noch beantworten. Er wurde böse und schlug mir einen Hocker auf den Kopf. Ich wurde ohnmächtig. Lange konnte ich mich nicht erinnern, wo ich bin und was mit mir ist. Seitdem führte man mich nicht mehr heraus. Ich blieb anderthalb Monate im Gefängnis. Ich saß die ganze Zeit in der Todeszelle und erwartete die Hinrichtung. Man stellte mir keine Anklage zu. Der Untersuchungsrichter sagte, dass ich mich in nicht meine Angelegenheit eingemischt hätte. Es gab keine Verteidiger. Ich hatte keinen Kontakt zu niemandem. In der Gefängniszelle, eng, ganz oben ein kleines Fenster, war ich allein. Das Essen reichte man durchs Türfenster. Ich sah nicht, wer das war. Wie viele Tage? Schwer zu sagen. Eines Tages schaute der Wächter durchs Fenster und sagte, morgen sei ich kaputt. Er zeigte mit den Händen, wie es wird. Ich verstand das als Urteil. Und tatsächlich, am nächsten Tag führte man mich morgens in den Gefängnishof. Man steckte mich in einen geschlossenen Pritschenwagen. Ich war allein. Ich trug keine Handschellen. Ich fragte, wohin man mich bringt, aber der Wächter antwortete nicht. Ich nahm Abschied vom Leben. Ich war des Lebens müde. Wir fuhren lange. Ich höre Explosionen, Bomben. Das Fahrzeug kippt um. Ich komme zu mir. Die Ladeklappe ist halb offen. Ich klettere heraus. Ich lief über die Straße zum Gebüsch. Das war weit weg von Münster. Seit 1942 fungierten die Arbeitserziehungslager, die Konzentrationslager der regionalen Gestapo, auch als Hinrichtungsstätten. Exekutionen von Polizeigefangenen wurden seither als Sonderbehandlungen, das heißt ohne Gerichtsverfahren, angeordnet und vollstreckt. Die Polen- und Ostarbeitererlasse berechtigten die Mitarbeiter der Staatspolizeistellen, bei allen als gravierend betrachteten Delikten oder Straftaten eine Sonderbehandlung zu beantragen. Formuliert wurde der Antrag durch den örtlichen Gestapo Sachbearbeiter. Das Reichssicherheitshauptamt bestätigte Routine gemäß. Das Transportkommando brachte den Deliquenten in ein Arbeitserziehungslager. Dort wurde unmittelbar bei Ankunft die Erhängung vollzogen. Belegt ist, dass die Stapoleitstelle Münster seit Sommer 1944 unter anderem im Arbeitserziehungslager Lade bei Minden hinrichten ließ. Leonid Belusenko beschreibt das Verfahren aus der Sicht der Opfer. Er ist vielleicht der einzige Überlebende einer in Münster angeordneten Sonderbehandlung. Belusenko hatte Glück. Er wurde allerdings aufgegriffen und geriet in die Arbeitserziehungslager auf dem Flugplatz Essen-Mühlheim und auf dem Kölner Messegelände. Leonid Belusenko wurde im Frühjahr 1945 durch amerikanische Soldaten befreit. Im Oktober 1944 arbeitete Nikolai Rotko, der mit 16 gehofft hatte, seinen eigenen Hof bewirtschaften zu können, schon seit zwei Jahren in der Munitionsproduktion der Firma Winkhaus in Telgte. Eine Arbeiterin, eine Deutsche, warf einige Teile herum und wollte mich zwingen, sie aufzuräumen. Ich weigerte mich. Dann wollte der Meister, und er war so klein, mich schlagen. Ich stieß ihn weg. Als mich die Polizei holte, wurde ich nicht allzu sehr geschlagen. Aber es ging ein Mitglied der faschistischen Partei durch die Abteilungen. Er trug am Ärmel das Hakenkreuz. Der meldete mich der Gestapo. Während eines Bombenangriffs wurde ich am Werkstor festgenommen. Man brachte mich zur Polizei. Drei Gestapo-Leute verhörten mich. Einer schlug mich. Ich fiel und kam nicht mehr hoch. Die Dolmetscherin sagte, erzähl, wie es war. Ich wurde in eine Zelle gesperrt und am nächsten Tag nach Münster gebracht. Man steckte mich in einen Keller voller Leute. Um den Jahreswechsel 1944-45 wurde Nikolai Rotko aus dem Arbeitserziehungslager Mühlheim in das KZ Neuengamme bei Hamburg verlegt. Von dort meldet er sich zum Aufbau des KZ-Außenlagers Wirbelin. Februar 1945. Engländer und US-Truppen stehen am Rhein. Die Rote Armee hat die Oder erreicht. Das Lager wurde mit Ziegelsteinen erbaut. Wir hatten keinen freien Tag. Man ernährte uns mit Spinat, Möhren, Rüben und etwas Kartoffeln. Morgens bekamen wir etwas Kaffee-ähnliches und 250 Gramm Brot mit Sägemehl. Zuerst musste ich mit einer Lore Sand aus der Grube holen. Vier Sträflinge für eine Lore. Dahinter ein Vorarbeiter mit einem Knüppel. Diesen Wagen musste man im Laufschritt schieben. Mir wurde klar, dass man mich nach zwei oder drei Tagen ins Revier und dann ins Loch schleppen würde. In der Mittagspause ging ich zum Maurer, einem Deutschen, und sagte, dass ich Ziegelsteine legen kann. Er schaute mich an, nahm die Pfeife aus dem Mund und sagte, dass er mich nimmt. Und wirklich. Am nächsten Morgen lief er vor die Kolonne, fand mich und noch einen Holländer und sagte den Wächtern, dass er uns zur Arbeit nimmt. Er zeigte uns, wie man mauert und sagte, Arbeit laxom, langsam arbeiten. Es ist schwer zu schätzen, wie viele Häftlinge im Lager waren und wie viele starben, aber die Lebenden lebten zwischen den Toten. Die Toten wurden in der Kommandantur gestapelt, um später im Wald hinter dem Lager begraben zu werden. Hier gab es kein Krematorium. Bei Luftalarm wurde an den Wachtürmen das Licht abgeschaltet. Das machten sich drei Häftlinge zunutze und brachen aus durch ein Loch im Draht. Als die Wachen das entdeckten, wurde die ganze Baracke, in der die Geflohenen gewohnt hatten, auf den Appellplatz gerufen und vor unseren Augen totgeschlagen. In der April schob man Güterwaggons zum Lager. Wir wurden hineingezwängt und standen den ganzen Tag und die Nacht. Man ließ uns nicht hinaus. Man gab uns kein Wasser. Dann öffnete man und wir wurden wieder ins Lager getrieben. Wir stiegen über Leichen. Die Waggons waren voller Leichen. In manchen waren nur noch Tote. Im Lager sahen wir, dass auf den Wachtürmen keine Posten stehen. Da fuhren zwei Motorräder die Straße entlang. Man rief, das sei eine russische Patrouille. Alle stürzten zum Lagertor. Das Tor wurde aufgedrückt. Diejenigen, die unter das Tor gerieten, kamen um. Die ausgehungerten Menschen strömten zu den Lebensmittellagern. Viele aßen und starben. Ich sah, wie die amerikanischen Soldaten durch das Lager gingen, wie Leichen abtransportiert wurden. Nach einigen Tagen wurden diejenigen, die einigermaßen bei Kräften waren, nach Schwerin gebracht. Von Schwerin ging es zu Fuß nach Osten. In einer Stadt in Polen zog mich ein Militärkommandant ein, zur Armee, und dort musste ich bis 1950 dienen. In mein Heimatdorf kam ich nach fünf Jahren Militärdienst. Ich war bis zum 62. Lebensjahr berufstätig. In der Fabrik arbeitete ich als Dreher und als Schlosser. Nun habe ich eine kleine Rente. Die reicht nicht mal für Lebensmittel. Am 2. April 1945 wurden wir in Hiltrup durch US-Truppen befreit. Es gab eine heftige Schießerei. Wir gingen aus der Badestube nicht mehr heraus. Da wohnten wir, seit unsere Baracken niedergebrannt waren. Dann klopfte jemand heftig an die Tür. Plötzlich ging sie auf. Da standen mehrere Schwarze mit der Waffe in der Hand. Als sie ein Häufchen erschrockener Frauen in Arbeitskleidung sahen, gingen sie enttäuscht weg. Ein paar Wochen versuchten wir, nirgendwo hinzugehen. Zum Glück entdeckten wir auf der Bahnstation, 30 bis 40 Meter von unserem Bunker, einen Waggon, in dem sich wohl irgendein wichtiger Mensch evakuieren wollte. Da gab es Lebensmittel. Mehl, Zucker, Reis, Grieß, Konserven und ein paar Kleidungsstücke. Unsere Jungs nahmen das und verteilten es. Wem was passte. Nach zwei Wochen brachten uns die Amerikaner in ein großes Lager. In Grämmendorf lebten wir bis August 1945. Dann brachte man uns mit Lastwagen in die russische Zone, in die Stadt Rostock. Dort wurden wir aussortiert. Die Männer blieben im Lager, die Frauen fuhren in Güterwaggons in die Heimat. Dort war alles mehr oder weniger in Ordnung. Die Mutter und die Schwestern waren am Leben und gesund. Das war das Wichtigste. Die nächste Hungersnot litten wir 1946. Es gab eine Missernte, eine heftige Dürre. Nachdem ich mich eine Woche lang erholt hatte, bestand ich noch eine KGB-Kommission in der Stadt Enakiewo und bekam eine Stelle im Bauamt. In meiner Abteilung arbeiteten viele Deutsche. Kriegsgefangene und Internierte aus Rumänien, aus Ungarn, Bulgarien. Nikolai Bondarenko floh kurz vor Kriegsende aus Bösensell. Jetzt war schon zu hören, dass es ernst wird. Die Front näherte sich. Überall brach Panik aus. Eines Morgens verspätete ich mich zum Umladen. Ich hatte verschlafen. Ich war sicher, dass ich bestraft werde. Ich hatte Angst vor den Schlägen der Polizei. Ich beschloss zu fliehen und kam wieder nach Hohmann-Wessel, nach Albersloh. Ich dachte, sie nehmen mich auf. Aber sie hatten Angst, mich illegal zu behalten. Sie schickten mich in ein anderes Dorf, zu Verwandten. Dort arbeitete ich etwa einen Monat. Sie wurden schon zum Verhör befohlen. Ein paar Tage später kamen die amerikanischen Panzer. Die Gefechte waren schrecklich. Viele Tote. Tiere, auch Schweine zerrissen die Leichen. Dann war der Schrecken vorbei. Die Amerikaner schickten uns in Sammellager. Wir wurden nach Nationalitäten sortiert. Ich wurde in die englische Zone und dann in die sowjetische gebracht. Dort wurde ich einem Arbeitsbataillon zugewiesen, in dem ich bis Oktober 1950 blieb. Ich stand 40 Jahre lang unter Beobachtung. Man kann es nicht verstecken, besonders in der Sowjetunion. Das war eine heftige Erniedrigung. Das Gesetz Stalins. Alle Menschen, die unter Zwang nach Deutschland kamen, wurden als Menschen zweiter Sorte behandelt. Sie wurden im Beruf und bei der Ausbildung verachtet. Man musste das, wenn möglich, verschweigen. Aber in der Sowjetunion gab es so eine Möglichkeit nicht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.